In einem meiner letzten Videos habe ich euch ja schon die schlechte Botschaft übermittelt. Die EU-Skeptiker haben recht. Heute kommt die gute Botschaft, die Befürworter auch. Und die Vorteile sind nicht nur Frieden und Völkerverständigung und das ganze restliche kitschige Blabla, was da oft als Rechtfertigung herhalten muss, sondern eben auch die zahlreichen Vorteile, die jeder Einzelne von uns jeden Tag von der EU hat. Fangen wir mal beim Thema Verbraucherschutz an. Die EU hat weltweit die härtesten Regeln zum Verbraucherschutz überhaupt und sie legt sich auch mit großen Konzernen und Branchen an, wenn es um die Durchsetzung dieser Regeln geht. Dass ihr zum Beispiel auf der Rückseite eurer Lebensmittel eine Inhaltsangabe findet, das ist das Ergebnis einer EU-Richtlinie. Die EU hat es sogar geschafft, eine Sache zu verbessern, von der ich persönlich gar nicht wusste, dass man sie noch verbessern kann, nämlich das Online-Shopping. EU-weit müssen alle Händler eine kostenlose Möglichkeit zur Rücksendung anbieten, falls wir es uns mal anders überlegen. Also nicht, dass ich das bräuchte. Aber stellvertretend für alle Profiteure dieser Regelung sage ich, danke EU! Nicht zu vergessen, die Roaming-Gebühren. Erinnert ihr euch noch an die Zeiten, als man im Urlaub problemlos dreistellige Telefonrechnungen produzieren konnte? Diese dunklen Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Denn 2015 hat die EU alle Zuschläge für SMS, Telefonie und Internet einfach mal verboten. Und nicht nur das, sie hat außerdem verfügt, dass Kundendienstnummern nicht teurer sein dürfen als normale Anrufe. Das hat einer ganzen Reihe zwielichtiger Geschäfte den GAR ausgemacht. Zum Beispiel diesen Gewinnspielportalen, wo man erst eine 080er Nummer anrufen musste, um dann seinen Gewinn zu erhalten. Ach, die Masche kennt ihr gar nicht mehr? Tja, fragt euch mal warum. Oft wissen wir gar nicht, dass spezielle Verbesserungen in unserem Leben von der EU kommen. Oder wusstet ihr, wem ihr es zu verdanken habt, dass ihr bei verspäteten oder annullierten Flügen, Bussen und Zügen Ausgleichsrechte gegenüber den Anbietern habt? Diese Rabattkarten, die bei der Deutschen Bahn in verspäteten Zügen ausgegeben werden und mit denen ihr euch teilweise sogar den kompletten Ticketpreis zurückholen könnt, das war die EU. Was sagt man da? Achso, okay, cool. Nee. Danke EU. Und das bringt mich gleich auf den nächsten Punkt, der uns auch sehr viel Anlass für Dankbarkeit bietet. Nämlich das Thema Verkehr. Natürlich wisst ihr schon, dass wir in der EU Freizügigkeit haben. Wir können uns also ohne Grenzkontrollen über Ländergrenzen hinweg bewegen. Und das ist extrem praktisch, wenn man zum Beispiel Urlaub machen möchte. Die EU hat aber nicht einfach nur den Grenzübertritt im Schengen-Raum erlaubt, sondern sie hat den kompletten Luftraum, die Schifffahrt und das Eisenbahnnetz vereinheitlicht. Deswegen kann ich von Deutschland aus nach Paris, Amsterdam, Brüssel, Wien und Prag fahren mit dem Zug, ohne umzusteigen. Und deswegen ist Fliegen in der EU auch so unkompliziert und billig. So billig, dass Umweltschützer Alarm schlagen, denn Flüge nach Malle kosten mittlerweile oft nur noch 30 Euro. Klar muss man damit verantwortungsvoll umgehen, aber ich finde es fantastisch, dass diese Möglichkeit überhaupt besteht. Das bringt mich aber auf den nächsten Punkt, Umweltschutz und Klimawandel. Wenn man über die EU und Umweltschutz redet, dann kommt man an Natura 2000 nicht vorbei. Das ist ein Netzwerk, das Natur- und Meeresschutzgebiete festlegt, in denen Menschen nur nachhaltig tätig werden dürfen. Es klingt erstmal nach so einem kleinen Liebhaberprojekt, um das sich vielleicht ein paar Praktikanten in Brüssel in ihrer Freizeit kümmern. Tatsächlich ist das aber ein Riesending. Es gibt 26.000 von diesen Schutzgebieten und das komplette Netzwerk umfasst 20 Prozent der Fläche der EU. Das ist aber noch nicht alles, was die europäische Ebene diesbezüglich zu bieten hat. Zum Beispiel wurde auch ein Aktionsplan Kreiswirtschaft aufgestellt. Der fördert Unternehmen, die besonders langlebige oder gut recycelbare Produkte herstellen. Denn je länger etwas hält und je öfter man es wiederverwenden kann, umso besser für die Umwelt. Die EU fördert aber auch ganz allgemein die umweltfreundliche oder klimaneutrale Produktion. Sie greift zum Beispiel gezielt kleineren und mittleren Unternehmen unter die Arme, wenn die sich Gerätschaften anschaffen wollen, mit denen man zum Beispiel Strom sparen kann. Apropos, die Vorschriften zur Dämmung von Neubauten hat sie auch verschärft, sodass die Wärme jetzt besser speichern können. Und sie beschäftigt sich auch schon mit den Auswirkungen des Klimawandels. So werden zum Beispiel Hochwasserschutzanlagen gebaut. Das ist mir persönlich eine echte Herzensangelegenheit, denn wie viele von euch sicher wissen, wurde meine Heimatstadt Dresden 2002 komplett überflutet. Und damit das nicht mehr passiert, hat die EU alleine im Dresdner Westen 39 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert. Und solche Förderungen vergibt sie an sehr viele Städte. Zum Beispiel hat sie auch geholfen, das Mose-Projekt zu finanzieren. Das ist ein Sturmflutsperrwerk aus beweglichen Flutturnen, das in Zukunft Venedig vor Überschwemmungen schützen wird. Also dass ich meinen Kindern später mal sowohl den Markusplatz als auch die Semperoper zeigen kann, verdanke ich Brüssel. Dafür von ganzem Herzen. Danke EU. Und beim Thema Nachwuchs muss ich irgendwie sofort an Sicherheit denken. Also was hat die EU in dieser Hinsicht erreicht? Oder war es vielleicht sogar sicherer zu Zeiten der Nationalstaaten? Nein, war es nicht. Dank der verbesserten Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten beim Datenabgleich und dem Aufbau des Europäischen Polizeiamts Europol können die Mitgliedstaaten heute viel effizienter gegen organisierte Kriminalität, Drogenhandel, Menschenhandel und Internetkriminalität vorgehen. Gerade Hackerangriffe lassen sich auf nationaler Ebene oft nur sehr schwer abwehren oder zurückverfolgen. Deswegen hat die Europäische Union ein Abwehrbollwerk gegen Cyberkriminalität errichtet. Die European Union Agency for Network and Information Security. Klingt wie die Kommandozentrale in einem Marvel-Film. Ein Effekt, der aber sofort nachlässt, wenn man sich die Abkürzungen anguckt. Anissa. Echt jetzt? Was furchterregenderes ist euch nicht eingefallen? Warum nicht gleich Jenny oder Samantha? Egal, Hauptsache es hilft. Was auf jeden Fall hilft, sind die 1700 Beamten in den Außenländern der EU, die den dortigen Grenzschutz bei Grenzkontrollen und Patrouillern unterstützen. Die EU hat von dem großen Ansturm 2015 gelernt und in diesem Bereich aufgestockt. Jetzt kann man natürlich die Politik der geschlossenen Grenzen finden, wie man will, aber ich persönlich finde es gut, dass man die Außenländer damit nicht länger alleine lässt. Was ich auch gut finde, sind die wirtschaftlichen Vorteile der EU. Denn sind wir doch mal ganz ehrlich, dass es in Deutschland gerade so einen großen Boom gibt. Das liegt nicht nur daran, dass wir so geil sind, sondern auch an der großen Nachfrage nach unseren Produkten in Europa. Es hat schon Vorteile, mitten im größten Binnenmarkt der Welt zu liegen. Europa boomt. Kultureller Austausch, Freizügigkeit, berufliche Mobilität, Zusammenarbeit und die großzügige Förderung von Existenzgründern scheinen sich auszuzahlen. Wir haben weltweit das zweitgrößte Bruttoinlandsprodukt und obwohl hier nur 5% aller Menschen leben, stellt die EU den größten Anteil aller Wissenschaftler weltweit und hat 25% des globalen Wissenschaftsoutputs. Und obwohl ich eigentlich nicht diesen typischen Kitsch zum Thema Europa machen wollte wie alle anderen, kann ich jetzt am Ende doch nicht anders. Und wehe mal, wenn du lässt da tauben durchs Bild fliegen. Denn das alles, was ich euch gerade aufgezählt habe, ist selbst... Ach nee, ich merke, wie mir hinten die Haare zurückrutschen. Ich muss mal irgendwann ganz kurz sprayen gehen. Ist das okay? Denn das alles, was ich jetzt aufgezählt habe, ist selbstverständlich nichts. Nichts verglichen mit der Tatsache, dass wir hier seit 70 Jahren Frieden haben. Auf einem Kontinent, für den alleine Wikipedia 170 Kriege auflistet. Allein die letzten beiden mit Millionen Todesopfern. Klar ist Frieden für uns heute kein echtes Argument mehr. Frieden ist für uns selbstverständlich. Und genau dafür gibt es von mir mein letztes und wichtigstes Danke EU. Wenn auch ihr der EU Danke sagen wollt, dann wisst ihr, was ihr am 26. Mai zu tun habt. Wenn ihr mir Danke sagen wollt, dann abonniert meinen Kanal und schaut euch später auch noch dieses tolle Video von MrWissen2Go zur EU an. Ich sag jetzt erstmal Tschüss, bis nächste Woche.